So Freunde, wir sind hier auf der Garmes.com. Hallo. Und wir gehen jetzt rein. Eins gegen eins, Mann gegen Mann. Mann gegen Pferd. Man weiß noch nicht, wer gewonnen hat, Leute. Es wird auf jeden Fall Bündel. Nicht vergessen, kostenloses Abo und ein Daumen hoch. Auf geht's. Soll ich das auflaufen? Er fängt schon super an bei dir. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wer von uns länger machen wird. Ich habe keine Zeit gemessen. Boah, ich dachte erst, ich kann mich ewig festhalten, dann ging gar nichts mehr. Boah, das war heftig. Das war richtig heftig. Ja, aber eigentlich haben wir eine gewisse Zeit. Ja. Ja, aber das ist... Ich kann nicht mehr. Ich glaube, er kann besser. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du warst gut. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Meine Beine zittert, ey. Alter. Vielleicht mal kurz, ich bin nicht mehr gewidmet. Oh, Freunde. Das war komplette Zerstörung. Boah, ich bin so am Zittern. Mir tut alles weh. Boah. Dafür müsst ihr uns auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Ja. Also mindestens dafür. Ich weiß nicht, wer jetzt gewonnen hat, werdet ihr im Video wahrscheinlich sehen. Wir werden die Zeit da einblenden. Wir werden es lustig schneiden. Es war auf jeden Fall... Ja. Da braucht man nichts. Alles zittert, ey. Das war schon... Da dürfen keine kleinen Kinder drauf. Da habe ich nicht mit gerechnet. Gute Idee, gute Idee. Da ist das nicht toll, hat er gesagt. Lass es das unbedingt machen. Boah, Freunde. Das tut mein Bein so weh. Boah, dick mich. Fett, ey. Leute, macht's gut. Vielleicht finden wir noch was Lustiges. Tschüss.